Hallo, hallo ihr Lieben. Ja, ich mache mal eine Fortsetzung zu dem Video gestern, Sucht und Zwang, woher, wieso, weshalb, warum. Und zwar auf die Frage hin, eben bei unseren Kindern. Ich fange so an. Was sind unsere Kinder? Unsere Kinder sind unsere direkten Push-outs. Unsere direkten Push-outs, unsere direkten Spiegel, unsere direkte Manifestation, unsere erste Manifestation. Und was wir in unseren Kindern sehen, das sind unsere Kinder. Was wir uns von anderen Leuten, zum Beispiel Lehrern oder Schule, Schulsystemen, Erziehungssystemen, Einrichtungen einreden lassen über unsere Kinder und glauben, das werden uns unsere Kinder zeigen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Kinder ins Divine Design stellen. Dass wir nur diese absolute göttliche und perfekte Version unserer Kinder sehen. Und das gelingt uns natürlich nur, wenn wir unsere Kinder nicht an den Maßstäben messen, die das Human Design vorgibt. Wenn wir unsere Kinder messen lassen von Human Ansichten und Perspektiven. Ihr Kind ist nicht gut genug, ihr Kind kann sich nicht konzentrieren, ihr Kind ist so, ihr Kind ist so, ihr Kind ist so. Dann wird es schwierig für unsere Kinder. Wir sind jetzt aufgerufen, genau diese Sache insbesondere für unsere Kinder zu verstehen. Und hier geht es nicht nur darum, dass wir unser Traumleben haben, sondern dass wir auch unser Traumleben für unsere Kinder kreieren. Und dass wir unsere Kinder in ihrer Traumversion kreieren, in ihrer wahren Version, in ihrer göttlichen Version. Wie viele Eltern sind da draußen und vergleichen ihre Kinder an den Ansprüchen des Human Design? Mein Kind ist nicht gut in der Schule. Der Lehrer hat gesagt, es kann sich nicht konzentrieren. Mein Kind eckt immer an. Warum ist das so? Warum werden unsere Kinder so schwierig? Warum passen unsere Kinder nicht mehr rein? Weil dieses Human Design so eng geworden ist und weil es nicht mehr passend ist, noch viel weniger als was es für uns früher war. Wir hatten noch viel, viel mehr Freiheiten. Wir hatten noch viel, viel mehr Luft, zumindest unser Human Design zu leben und zu verkörpern. Heute ist das so eng geschnürte System. Das fängt super, super früh an und suggeriert uns vom ersten Moment nach der Geburt, dass unser Kind nicht gut genug ist und in Gefahr. So ist es schon eingeschleust. Und diese Maschen, diese Enge hat sich immer mehr und mehr zugezogen. Immer enger, immer stärker wurde die Kontrolle, immer stärker wurde der Maßstab, immer wichtiger wurde uns suggeriert, sind Dinge aus dem Human Design, ist funktionieren, ist hineinpassen, ist sich anpassen, ist ins System passen. Und dass die Kinder, die aus dem Divine Design kommen, dann anfangen zu rebellieren und rein erzogen werden müssen. Das ist doch klar. Und dass sich dann so verhalten wie ADHS, Autismus, wie die Frage war Nägelkauen, Angst schon als kleines Kind verweigern, Rebellion, dass sich das zeigt, ist doch sonnen, sonnenklar. Und wenn wir als Eltern da nicht hinter unseren Kindern stehen und ihnen ihr Divine Design spiegeln und ihnen Divine Design Unterstützung geben, ihr Divine Design aus ihnen herausholen, wenn wir stattdessen die Schergen des Systems sind und versuchen, unsere Kinder da reinzukriegen, dass sie gut genug sind in der Schule, dass sie gut genug sind im Sport, dass sie gut genug sind. Weiß da Geier wo? Weil wir immer davon ausgehen, sie sind nicht gut genug und sie müssen es doch sein. Und ich meine es doch nur gut. Und es muss doch lernen, sich anzupassen. Und mein Kind muss doch, muss doch, muss doch. Ich könnte echt Kotzkämpfe kriegen, wenn ich sehe, was da draußen passiert. Ich war für meinen Sohn schon immer Robin Hood, die Rächerin. Und habe ihn niemals, niemals da reinziehen lassen, reingezogen werden lassen. Gut, man kann sagen, ich habe hier auf meinem Berg vielleicht einigermaßen einfacher gehabt, aber ich kann es euch sagen. Es sind überall die gleichen Typenlehrer, es sind überall die gleichen Systeme und Überzeugungen am Start, weil es Human Design ist, weil es so weitergegeben wird. Und wenn wir das verändern wollen, dann müssen wir die sein, die die Foundation haben, die wissen, wie Kreation, wie göttliche Schöpfung funktioniert, die wissen, wer wir wirklich sind und die auch wissen, dass es überhaupt keinen Grund gibt, ein Kind in so ein System reinzupferchen. Aber dazu brauchen wir Eier und Integrität. Dazu müssen wir, hi Sabine, du kannst da bestimmt auch ganz viel dazu sagen, dazu müssen wir die Vorreiter sein. Und wenn so Sachen sich zeigen bei den Kindern, dieses Fehlverhalten, und ich glaube, da kann die Sabine noch ein viel besseres Video dazu machen, was sich da alles zeigt, unter anderem eben Zwänge, Süchte wie Nagelkauen, irgendwelche Geschichten, wie ich immer wieder sehe, da letztendlich auch schon wieder im Restaurant saß das Kind da und hat sich irgendeinen fetzen Stoff bis in die Lunge reingestopft und dran rumgesaugt, war schon, was weiß ich, fünf Jahre plus minus alt und saß da mit einer frustrierten Mutter auf deren Schoß im Restaurant in den Sardinien und hat geweint und gequengelt und der iPad stand vorher auf dem Tisch. Und das sind diese Sachen, unsere Kinder sind unsere Pushed-Outs. Wenn wir nicht den Mut haben, die Standing haben, die Weindesign zu leben, die Weindesign zu reden, die Weindesign zu verkünden, dann wird das nichts. Dann werden unsere Kinder gefressen, eingesaugt, aufgenommen in diesem System, enden frustriert, müde, gestresst, kaputt. Wenn ich eine Mutter bin, die das nicht will für ihr Kind, wenn ich eine Mutter bin, die das durchschaut, wenn ich eine Mutter bin, die weiß, wie die Weindesign ist, dann treffe ich Wahl, Wahlen und Entscheidungen, dann wähle ich und entscheide ich, wie mein Kind aufgezogen wird, wie es betreut wird, wie es gesehen wird. Ja, wie es gesehen wird. Und ich tue mein Kind sicher nicht dorthin, wo es nur Human Design Sichtweisen gibt. Das mache ich nicht. Und da gehe ich auf die Barrikaden. Und da suche ich Wege, da verändere ich mich, da verändere ich mein Leben. Und dann bin ich nicht die, die sagt, es geht nicht. Wenn ich solche Symptome schon sehe bei meinem Kind, Nagelkauen, wie es jetzt hier wirklich gefragt worden ist, was mache ich, krasses Nagelkauen beim Kind. Was ist denn das? Das ist eine Unsicherheit. Das ist etwas, es ist auch hier wieder eine unterbewusste Flucht aus diesem verdammten Human Design, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich mir eine kurze Erlaubnis geben kann, in mein Divine Design zu gehen. Warum Nagelkauen? Ja, weil es einfach eine Ablenkung ist, weil es einfach eine Verhaltensweise ist, die mich dazu bringt, dass ich mich mit mir selber beschäftige. Und wenn es das ist, dass ich mich mit meinen eigenen Nägeln beschäftige. Wir müssen das so sehen. Wir müssen das erkennen, was da passiert in uns Menschen. Wenn ein Aufdruck, ein Abdruck auf uns drauf projiziert wird, was wir aus unseren Kindern machen lassen. Und ich muss da einen Weg finden, aus diesem System, Human Design, das System, mein Kind rauszuholen und es im Divine Design System erziehen. Das ist nur mein aller Herzensratschlag an alle Menschen, die Kinder haben, an alle, die hier in der Gruppe sind, sich das mal zu überlegen. Was sehe ich zu Hause in meinen Kindern? Was für Kinder sehe ich da? Will ich meine Kinder so sehen? Habe ich diese Sichtweisen übernommen aus dem Human Design, dass mir immer wieder gespiegelt wird? Oder kann ich tatsächlich mein Kind im absoluten Maximalen die Weihendiseend sehen und erziehen und unterstützen? Und nur wenn das geht, dann kriege ich das hin. Wenn ich da aber das Zepf da aus der Hand lasse, wenn ich meine Integrität meinem Kind gegenüber nicht einhalte, dann wird es aufgefressen. Unsere Kinder werden aufgefressen vom System, wenn ich sie da nicht raushole. Und je früher, desto besser. Aber ich kann sie nur da rausholen, wenn ich mich zuerst rausgeholt habe. Frei nach der ganzen Geschichte im Flugzeug. Setze erst selber die Sauerstoffmaske auf und dann deinem Kind. Und reiße sie nicht wieder runter, weil dir einer sagt, es muss anders sein. Hab deine klare Vorstellung, hab dein Konzept, wie dein Kind ist, wie dein Kind gesehen wird, wie dein Kind beeinflusst wird, was dein Kind fühlt, was dein Kind denkt, was dein Kind handelt. Du bestimmst alles. Dein Kind ist dein Outpush, dein absolut hundertprozentiger Outpush. Und wenn du die Leute, die ich immer wieder höre und sagen, ja, mein Kind hat ein Aufmerksamkeitsdefizit, das hat der X und Y gesagt, da könnte ich doch rasten. Ich lasse doch keinen anderen mein Kind abstempeln, nur weil er irgendein verdammtes Human Design Konstrukt hat, das er gerade Klasse findet. Leute, ihr müsst auf die Hinterbeine stehen. Wenn ihr hier Kreation meistern wollt, dann müsst ihr die aus der höchsten Perspektive meistern und aufhören, Angst zu haben, im Human Design keinen Platz mehr zu haben, den ihr eigentlich gar nicht haben wollt. Aber immer dieses, ja, vielleicht stimmt es ja doch, ja, vielleicht hat der ja doch recht, diese ganze Angstgeschichten. Ich kann es nicht unterstützen. Was meinen Sohn betrifft, war ich immer knallhart. Immer knallhart. Ich habe nichts zugelassen, was ihn klein macht, was ihn nicht gut genug macht, was ihm eine Sekunde lang das Gefühl gibt, er müsse mehr sein, er müsse besser sein. Und ich kann euch eins sagen, ich war immer diejenige, die immer wieder sagen musste, nein, du bist gut genug, nein, das, was du da gehört hast, ist Bullshit, nein, du musst dich nicht noch mehr stressen, nein, du musst dich nicht noch mehr anstrengen, ja, das kriegen die schon so mit im System. Wir müssen der Gegenpol sein, wir müssen der Divine Design Gegenpol für unsere Kinder sein, um sie dort freizuhalten und ihnen den Raum zu geben, im Divine Design sich zu entfalten und zu entwickeln, ihre Sicherheit zu finden, ihr Vertrauen zu finden, in sich zu finden, ihr Vertrauen in sich zu finden. Und wenn wir das als Eltern nicht tun, was leider da draußen so, so, so oft gezeigt wird, wer soll es denn dann tun, wer soll dann die Welt verändern, wenn wir nicht mal bei unseren Kindern dieses Divine Design sehen können. Und es fängt bei uns selber an. Ich kann es euch nur appellieren, wenn ihr Schwierigkeiten mit euren Kindern habt, schaut bei euch, schaut bei euch. Es sind nur eure Pushed Out. Es sind nur eure Pushed Out. Es sind eure Ängste, es sind eure Zweifel, es ist eure Unsicherheit, wenn ein Kind das zeigt. Und sobald du dich veränderst, kann sich dein Kind mitverändern, es wird dich mitverändern. Und es ist keine so tolle Nachricht, weil es dich in die Eigenverantwortung treibt, weil es dich in die Selbstreflexion treibt, aber es ist eine super Nachricht, weil du weißt, du kannst es verändern. Du kannst alles verändern. Du kannst verändern, wie dein Kind sich fühlt. Du kannst deine komplette Familie verändern. Du kannst alles verändern. Alles. Aber du musst es machen. Und dazu musst du wissen, wer du bist. Dazu musst du die Gesetze kennen, die Prinzipien der göttlichen Kreation und Schöpfung. Und dann kannst du es machen. Aber es ist so anders, wie es die meisten machen. Es ist so anders, wie du es gelernt hast. Es ist eine ganz neue Reise, es ist die Divine Design Reise. Und diese Reise wird dir alles bringen, was du dir wünschst, wenn du sie kompromisslos und integer gehst. Nur dann. Und es ist eigentlich so leicht, wenn du mal verstanden hast, dass es außer dir und deiner Ansicht und deiner Meinung nichts, aber wirklich rein, rein gar nichts gibt. Ja, ihr Lieben, wir sind gefragt. Ich bin gefragt. Jedes Ich ist gefragt. Es geht nur um mich, ich, 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 ich. Und ich zu managen, ich zu führen im Divine Design, hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, weil Egoismus ist genau das, was ich brauche. Ich brauche mich. Wenn ich mich nicht unterstütze, wenn ich nicht für mich da bin, wenn ich nicht hinter mir stehe, macht es keiner. Also traut euch egoistisch zu sein. Seid egoistisch für eure Kinder. Seid egoistisch für eure Zukunft. Seid egoistisch für eure Träume. Weil, wenn das Ego im Divine Design ist, dann ist es echt eine ganz geile Geschichte. Dann ist es voll mit Liebe, mit Fülle, mit Unbeschränktheit, mit Begeisterung. Aber diese Reise musst du begehen. Und ich bin so, so glücklich, wenn solche Fragen kommen und ich nochmal so klare Videos machen kann. Es ist manchmal schwer, aber es ist niemals eine Schuldzuweisung nochmal. Es ist niemals eine Sache, wo ich sage, jemand hat einen Fehler gemacht, sondern es ist einfach eine normale Reise. Es ist die Reise, die Divine Design Reise. Es gehört dazu. Es ist der Moment, wo ich erkennen darf. Im Außen darf ich erkennen, dass im Innen bei mir etwas verändert werden kann. Das ist keine Strafe, das ist keine Schande, das ist nicht peinlich, sondern es ist das, wofür wir hier sind. Es ist das, wofür wir leben. Es ist das, was Leben bedeutet. Und wir müssen uns erlauben, das Leben in seiner höchsten, größten, göttlichen Liebe und Fülle zu erleben. Und wenn wir das machen, dann verändert sich alles. Also, ihr Lieben, schaut eure Kinder an, macht die Divine Design Reise. Alle werden davon profitieren, wenn du dir ein göttliches Leben erschaffst. Ich kann es nicht oft genug sagen. Du bist dein Leben. Du entscheidest. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag und bis bald.